Ja hallo, der Matthias ist wieder hier. So, wo geht's? Ich denke mal, der Ton wird ziemlich beschissen sein, da ich ja jetzt hier direkt mit der X2 den abnehme. Ich habe einen kleinen Punkt gemacht, da freut mich immer drüber, das weißt du ja. Abonnieren, die Glocke drücken, du kennst das ja alles schon.